Häufig gestellte Fragen in der Stahlwerkstatt, kurz und schmerzlos erklärt, heute Schweißnahtvorbereitung. Freunde, ganz kleiner Einblick in die Schweißnahtvorbereitung. Was müssen wir machen, damit unsere Naht sauber und vernünftig wird? Das allererste, was wir machen, ob das ein Blech ist oder ein Rohr, was Zunderschicht aufweist, ist es metallisch blank schleifen. Metallisch blank ist die allerwichtigste Grundlage, um eine Schweißnaht sauber herzustellen. Was wir noch brauchen, ist Öl und fettfrei und natürlich sauber, kein Lack, kein Schmutz etc. Bevor wir einsteigen in Schweißnahtvorbereitung, gucken wir uns ein klein bisschen die Terminologie an, damit wir ein paar Stellen einer Schweißnaht benennen können, um zu wissen worüber wir sprechen. Schauen wir uns als allererstes mal den Stumpfstoß in Version einer V-Naht an, ein paar Begriffe an die Tafel geschrieben. Wir haben einmal die Flanke, den Steg, den Stegabstand, das Grundmaterial, den Öffnungswinkel, hier eingezeichnet 60 Grad. Der kann variieren, je nach Material, bis 75 Grad hoch oder auch runter auf 40 Grad ist eine Materialgeschichte. Und den Flankenwinkel, das ist der Winkel unserer Phase, 30 Grad, auch der kann variieren, auch das ist materialabhängig, hängt mit dem Gesamtöffnungswinkel zusammen. V-Naht mit 30 Grad Flankenwinkel wird genutzt bis ungefähr 16 Millimeter. Also für zu Hause tatsächlich, wenn man einen Vollanschluss möchte und den herstellen will, ist die V-Naht genau das Richtige. Sind unsere beiden Grundwerkstoffe abgeheftet, nennt sich das Ganze Schweißfuge. Soviel zur V-Naht. Wir springen rüber, schauen uns einmal die Kehlnaht an. Wir wissen, 90 Grad zueinander ausgerichtete Bleche. Das Blech, was auf dem unteren Blech aufliegt, hat einen sehr geringen Abstand. Hier sollte man die Null anstreben. Letzte im Bunde, die HV-Naht hat auch die Flanke, sitzt auf dem Grundwerkstoff auf. Üblicherweise haben wir hier einen Öffnungswinkel von 30 bis 45 Grad. So können wir sauber an die Wurzelseite und hier einen Vollanschluss herstellen. Das werden wir uns gleich in der Nahaufnahme einmal ansehen. Was wir uns jetzt anschauen, sind ein paar Bleche, wie sie ursprünglich aussehen. Wir haben hier ein 80 x 80 x 8 mm starkes Blech. Hier ist noch der Grat dran. Der muss natürlich sauber entfernt werden. Einmal die entgratete Version, aber nicht metallisch blank. Dann haben wir hier einmal die Vorbereitung für eine Kehlnaht. Der Schweißbereich ist sauber metallisch blank und unten ganz glatt, quasi 90 Grad. Nur abgesägt und ein klein wenig entgratet. Die gegenüberliegende Seite ist metallisch blank. Rückseite mit Zunder, das spielt keine Rolle. Blech oben drauf. Kehlnahtvorbereitung, fertig. Eine letzte Sache schauen wir uns an. Wiederum ein metallisch blankes vorbereitetes Blech. Vorbereitet hier eine HV-Naht. Am Rohr deutlich zu sehen, etwas über 30 Grad Phase angeschliffen. Wird mit Wurzelspalt auf einem Blech aufgesetzt. Wie wir üblicherweise einen Wurzelspalt herstellen, das zeige ich euch jetzt ganz kurz. Was ich hier habe, ist eine handelsübliche 2,5 Millimeter Elektrode. Die hat einen Außendurchmesser mit Umhüllung von circa 4 Millimeter. Und 4 Millimeter ist ein sehr schöner Abstand, um, wenn wir wickschweißen, mit einem 2,4 Millimeter Draht zu arbeiten und eine Wurzel in eine HV-Naht legen. Jetzt machen wir folgendes. Wir knicken uns die Elektrode, dass sie ein V bildet. Ganz alter Rohrschlossertrick. Legen diese auf unser Blech auf und stellen da unser Röhrchen drauf. Jetzt bildet sich unten automatisch der 4 Millimeter Luftspalt. Was wir jetzt machen, ist auf der einen Seite abheften, Rohr ankippen, Elektrode entfernen, ausrichten und schweißen. Um eine Schweißnahtvorbereitung sauber herzustellen, benötigen wir ganz handelsübliche Geschichten. Einen Winkelschleifer, dazugehörige Schrubbscheibe. Achtung, auch kleine Schrubbscheiben können sich als sehr sehr nützlich erweisen, wenn man zum Beispiel eine X-Naht ausfugen möchte. Lamellenscheiben, einen Geradschleifer, elektrisch oder pneumatisch, ein paar Pfeilen, was man so kennt, um Metallmechanik zu bearbeiten. Massellä zusammen macht diese und schweißen, was man so kennt, man so kennt, was man so kennt. Aber wir können ein wenig, dass wir an der Achtung sind. Sprechen einen Geradschleifer, Eodzi-Einge kann ich mit dem Kamera und Day-Pereich. Im Schlossertrack-Date, Einin-Mhörige Schrubbscheibe. Halte-Date, Einin-Mhörige Schrubbscheibe. Achtung, auch eineige Musiker, die Zettrack-Date, Eisi-Nihmöchseibe, ist das Glacke-Datei-Mohrschleifen. Und wir schauen, was wir gerade nicht um, was ich mit einem Schloss reger? Und wir schauen, dass wir ja gerne, wenn schon mal, dass wir uns beschapplause haben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.